Musik Weiter geht's mit Pokémon Leuchtende Perle. Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und ich bin es auch. Ente gut. Alles gut, würde ich da nochmal sagen, oder? Vier Pokémon. Der Micheldichel. Fängt an mit einem neuen Pokémon Schmerbe. Oder was heißt neuen Pokémon? Es gibt ja in diesem Spiel keinen neuen Pokémon, aber... Wenn ich sage neues Pokémon, meine ich das entweder von dieser Gen aus neu. Also, theoretisch Gen. Okay, was ich eigentlich damit sagen will. Schmerbe haben wir noch nicht gesehen. Oder ich hab's wieder vergessen wie ein Vollidiot. Und, äh, äh, ja, das ist gerade ein bisschen awkward. Egal, aber du hast doch bestimmt auch anderes aus der Schmerbe. Und, äh, nein, nein, du hast vier Schmerbe. Du machst mir das wirklich so peinlich jetzt, die Situation. Du kämpfst jetzt mit vier Schmerbe. Und ich setze die falsche Attacke ein, aus Versehen. Diese Trainer in diesem Spiel, Leute. Leute, Leute, Leute. Wie oft sag ich das auch nicht? Ziemlich oft. Ja, für die Leute, die hier neu sind. Für die Leute, die hier neu sind. Oh mein Gott, ich hab schon wieder gesagt. Und schon wieder. Egal, ich laber hier gerade irgendein Mist, weil diese Kämpfe einfach nicht aufhören wollen. So verdammt langweilig zu sein. Ich meine, viermal ein Schmerbe. Was wir, glaube ich, zwar noch nicht gesehen haben, aber man muss es doch nicht viermal haben. Oder du kannst dich jetzt beweisen. Vielleicht hast du dir bei deinen anderen Pokémon was anderes ausgedacht. Oh, tatsächlich. Ein Chalilos. Das hat mir eigentlich nichts gesagt zu haben. Und ein pinkes. Ich meine, das Pinke haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Wir haben immer nur das Blaue gesehen. Ich meine, hey. Neuerungen. Gut. In Sinnoh. Auf jeden Fall. Oder was heißt Sinnoh? In dem Spiel, was wir gerade spielen. Wie auch immer. Ich hab diese ganze erste Minute und fast sogar schon die zweite Minute dieser Folge komplett peinlich gemacht. Falls doch irgendwer hier ist. Hey, wir haben noch einen Schmerbe übrig für dich. Entwickeln es bitte einfach. Entwickeln es einfach. Bitte. Aber da stelle ich mir eine Frage. Ist es besser, ein einziges Pokémon zu haben, was sehr gut ist und was hochgelevelt ist? Oder viele Pokémon zu haben, die so alle gleichgelevelt sind und nicht ganz so gut, wie sie sein könnten? Uff, jetzt bin ich aber ganz schön platz. Das ist eine schwierige Frage, wie ich finde. Ein Kind wie so sollte sich an der frischen Luft aufhalten. Egal, ob es regelt oder nicht. Ne, ne. Ich hänge zu sehr an meinem Rotom-Phone. Hier kommen immer nur Trainer vorbei. Doch nie befinden sich passionierte Anglerinnen darunter. Stimmt, es gibt ja keine Anglerinnen in ganz Pokémon, oder? Gibt es irgendwelche weiblichen Angler in Pokémon? In ganz Pokémon irgendwann mal? Ich meine nicht. Mann, dieser arme Typ, ey. Er will doch nur eine Anglerin sehen. Ups, sorry für diesen kleinen Cut. Hab nichts verpasst. Nur Scorpius hat er da umgegangen, weil ich zu unvorsichtig war. Ja. Tatsächlich kann ich auch mal Fehler machen. Ich bin ja just human. Ja, diese Folge hat einen sehr komischen Start. Ich glaube, das ist sogar die komischste Folge ever. Vom Start her. Bisher. Aber hey. Vielleicht ist es ja für die eine oder andere Person ziemlich lustig. Vielleicht. Tricky hat auf jeden Fall einen Kicker bekommen dadurch. Und einen Level abbekommen. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass mein Pokémon besiegt ist. Und es nicht leveln kann. Und es nicht benutzen kann. Dazu gibt es aber zum Glück ein besonderes Item. Was sich mit Leber nennt. Ich will ja eigentlich sparen immer. Aber ich meine, ich bin ja zuvor, um zurückzureden. Also egal, oder? Trotz Niederlange, angle ich weiter. Das ist doch Passion. Solltest du eine leidenschaftliche Anglerin kennen, dann stell sie mir bitte vor. Ey, Bro. Du tust mir leid, ja. Und ich möchte dir als Zeichen meines Leidtuns gerne zeigen. Ich kann auch angeln. Siehst du? Ja, aber ich habe keine Lust zu angeln. Ich wollte es nur zeigen. Okay. Ähm. Scorpio. Heilen. Mit einem Beleber. Ich habe nämlich noch ein paar. Wir haben bestimmt schon irgendwann mal welche gefunden. Deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Ja gut. Ich kann auch gleich dabei bleiben, dir noch einen Trank reinzudrücken. Und vielleicht sogar noch einen, damit wir die weg haben. Oh Gott, wir haben ja noch richtig viele Highlight-Items. Oder was heißt? Ja, wohl. Soll nur noch viel aus. Ist es tatsächlich gar nicht. Nee. Wir müssten mal demnächst aufstocken, würde ich sagen. Und hier oben geht es nicht lang, ne. Da oben ist nur ein versperrter Weg zu, ja, keine Ahnung, zu irgendwas halt. Oh. Oh. Was man stolz drauf ist. Was man Spaß hat. Darum geht es doch. Na gut, für jeden gibt es ja anderes Ziel in Pokémon. Die einen spielen Pokémon nur, weil sie alle Pokémon fangen wollen. Und somit, weiß nicht, das ist für sie ihr Spaß. Für manche anderen Pokémon-Spieler ist der Spaß auch darin, einfach nur sechs Pokémon zu fangen im ganzen Spiel. Diese sechs Pokémon hoch zu pushen mit sechs IVs und was auch immer. Ich kenne mich da nicht ganz aus und dann die nur zu benutzen, um kompletter zu spielen. Nicht bei der Spiel durchspielen, falls es nicht nötig sein muss. Für viele gibt es einen anderen Sinn und einen anderen, naja, Motivation. Und eine andere Armthörer. Jeder hat seinen eigenen Armstil in Pokémon. Und das ist schon besonders. Ja, langsam geben wir die Lückenfülle aus wie die Kämpfe. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen. Aber hey, ist ja nicht so schlimm. Wir haben zumindest mal einen relativ neuen Kampf, könnte man sagen. Ich meine, das ist jetzt ein Trainer mit ganz, ganz vielen Kleinstellen. Ich meine, hey, wenn du stolz bist, um keine kleine Steinsammlung zu haben, dann okay. Dann wird dich Rocco bestimmt mögen, aber keine Ahnung, was das dir sagen soll. Du bist super boring, also bye. Bye bye. Ich meine, wenn du zumindest Geowatz ganz viele hättest. Oh, weiter so, cool. Volltreffer, wow. Du liebst mich, ich lieb dich auch. Entwicklst du Geowatz? Dann können wir wieder weiterreden. Okay, damit wäre deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ja, und deine nicht. Was haben wir denn hier? Das ist ja ein Pokédex, ein Gerät, das automatisch Daten registriert. Ich habe schon davon gehört, aber es ist das erste Mal, dass ich einen zu Gesicht bekomme. Anscheinend kann man sich mittels des Sonnen- bzw. Mondsymbols das Habitat der Pokémon je nach Tageszeit anzeigen lassen. Danke für den Tipp. Ich habe Leute gesehen, die mit dem Fahrrad über Baumstämme gefahren sind, als wären es Brücken. Oh. Das sind Baumstämme? What? Ich dachte immer, das wären Seile. Danke für den Käfer gebrummt. Werde ich vielleicht meinem Skorpio erlernen lassen. Aber, 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 ich, ich habe als Kind immer gedacht, das wären Seile. Ich meine, ja gut, wenn ich jetzt genauer reinschaue und er mir das auch sagt, dass das Holzbalken sein soll, dann kann ich das sehen, aber, aber ganz ehrlich, so dünn sind doch Holzbalken nicht, oder? Also, ich kenne keine Holzbalken, die so klein und dünn sind. Das ist wirklich neu für mich. Hier wird es doch bestimmt noch ein Bonus sein, oder? Wo bin ich denn hier? Äh, gib mir mal ganz kurz das, äh, den Itemfinder. Wo ist denn der? Da war hier doch irgendwo. Ganz sicher war da der irgendwo. Hier ist der. Bik-Bik-Bik-Bik-Bik. Nichts? Das ist ja... Oh Gott, okay. Ähm. Wunderschön, 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 diese wunderschöne Route, die voller wunderschönen Wunderschönheiten ist. Ja. Äh. Deutsch. Will ich jetzt mit dem kämpfen? Okay, komm. Kämpfen wir mit ihm aber von der Seite aus. Will ich kämpfen? Hallo? Hallo? Da wir ständig auf Streifen sind, ist es hier auch nachts sicher. Ja. Ah, stimmt. Ich hab's vergessen. Ja, Polizisten wollen nämlich in Pokémon-Spielen nur abends miteinander mit jemandem kämpfen. Wir könnten hier theoretisch mal anders vorbeikommen und nochmal mit ihm reden. Denn jetzt hat er gar keinen Bock. Ah, Bidifas hat Bock, mich mal wieder zu nerven. Hi, Bidifas. Und nein, Bidifas, keine Lust. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und jetzt hat er fest. Ich weiß nicht. Da unten wartet ein Trainer. Mit einem Item. Es fühlt sich gut an, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Äh. Okay. Was genau daran fühlt sich denn gut an? Dass seine ganzen Schuhe komplett versifft sind? Das findest du schön? Okay. Hm. Jeder ist ja anders, ne? Äh. Äh. Oh, hey. Kadabra. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ja, tatsächlich. Pionscora ist der schlimmste Albtraum von dem Kadabra. Ihr habt sie bei mir zuerst gesehen. Mh. Merkt es euch. Mh. 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 aber zweimal ein klipp rin also kreativ sind die leute hier nicht gewesen als sie die trainer erstellt haben die seien haben vor allem in platin waren die trainer sogar viel besser aber sie sagten sich nur stay true to the original wir packen die trainer aus der wandelbein ich könnte mich jede folge drüber aufregen ich sollte es mal lassen ich glaube es ist nämlich mary ach so ich habe keine api mehr ich habe ich gar nicht gecheckt die bitte weg aber es ist gerade ein bisschen ließ dass ich wirklich so krass overlevel bin ich könnte einfach irgendwelche rheinland muss meine box nehmen und hätte mehr spaß weil ich so stark bin müssen eigentlich stärker werden oh ja das auf jeden fall gut so scheint ein fürsorglicher trainer zu sein wie das so steht so lustig ich mag wie natürlich alles ist ich wünsche ich könnte für immer hier draußen leben menschen und pokémon wir sind alle teile der natur okay die items in einem beuch lassen sich durch drücken des x knopfes neu ordnen was mit y mit x aber ja man kann hier sachen neu ordnen falls man bock hat das gibt es schon seit drei das glaube ich drücke ach so in deinem beutel oder wie moment sagt ach so das meint er man kann die neu sortieren ich hab was ganz anderes verstanden ich dachte er meinte hier im menü nein ich habe es komplett falsch verstanden woops mein fehler wie lange wird diese rute noch gehen oh ich glaube wir sind sogar jetzt an der nächsten rute angekommen oder es regnet nicht mehr und wir sind in diesem gebäude angekommen der platz der treue und das pokémon landgut gehören dem gleichen besitzer aha pokémon landgut pokémon in sicht aha ein pokémon landgut also was ist das hier eigentlich kann man hier flabbi b fangen dafür sind wir noch ein paar djents zu früh okay diese statuen mir tun die beine weh vom fehlen rumlaufen hier ist ein polizist aber der läuft gar nicht rum okay warum läufst du denn überhaupt nicht wollen kämpfen ich bin dann mal bist du bereit meine pokémon schläft mein pokémon schläft in einem importierten luxusbettel damit du es weißt ja die haben mich ein bisschen überrascht die wollen einfach kämpfen was habt ihr denn dafür was haben wir denn so zu bieten haspirant und luxus beide mal bitte entwickeln dann wäre das ein richtig cooler kampf aber so ich mal ja beide pokémon können wir auch sagen ich wickel sie doch erstmal aber die werden sie schon beide entwickeln die sind sogar die sind sogar schon sehr nah dran an sich zum wickeln aber das hab ich nicht von mir und ich vergesse jedes mal dass ich keine abhine für die attacke habe und mal gucken wann ich das mal check oh jetzt habe ich gezahlt dann ist ja gut das ist ja gut du 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 bist weg für immer du kleiner k e e e e und k und level up Wir mussten noch Lab-Up machen, Scorpio und Tricky und Tails. Soll ich die drei vielleicht mal bevorzugen? Moment! Gegenstoß! Der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Also so eine Art Konter, oder wie? Hört sich gut an, aber es ist eine Unlicht-Attacke und ich hätte lieber die Psy-Strahl-Attacke. Ich weiß nicht, irgendwie... Das Problem ist, was ich gerade habe, ich werde es nicht erlernen, aus dem Grund, weil wir haben Scorpio und Scorpio ist eigentlich unser Unlicht-Pokémon. Außer ich bin gerade wieder ein kompletter Vollidiot und habe das gerade verwechselt, aber ich meine, Scorpio, also Pionsgura, wäre ein Unlicht-Pokémon. Und wenn das stimmt, dann brauche ich ja meinen Traumverkehrs auch nicht erlernen. Dann kann das ja Scorpio von uns machen. Ja, manchmal vergesse ich ein paar Typen. Das kann mal passieren. Ich habe viel um die Ohren. Welche beeindruckende Stärke! Du scheinst den Sieg ja dringend nötig zu haben, wie unangenehm. Ach, dieser Schnösel. Lass uns mal ganz kurz nachschauen. Bitte. Bitte, ich bin kein Monkey. Ich bin kein Idiot. Nein, ich bin ein Idiot! Das ist Gift! Ah, aber hey, es hat Nachthieb. Es hat Ohnlicht-Attacken. Aber ich bin ein Idiot! Das bestimmt einen ganz fantastischen Hauslehrer, oder? Ne, ich bin mein Hauslehrer. Mein armes Pokémon ist völlig erschöpft. Er soll sich jetzt besser in seinem importierten Luxusbild ausruhen. Okay. Und hier haben wir das Landgut. Schauen wir mal vorbei. Wir reden nicht darüber, dass ich ein Idiot bin. Das ignorieren wir jetzt konkret. Wir gehen jetzt zum Seergarten. Es steht allen Besuchern offen. Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich wilde Pokémon auftauchen. Aha. Interessant. Wir wohnten alles hier in diesem Landgut. Oh mein Gott. Viele. Verzeihen, glaube ich, die Räumlichkeiten hier sind geheim und nicht öffentlich zugänglich. Da müssen wir mal warten. Oder niemals durchkommen. Ein Superball, aber was, man kann hier einfach drüber gucken? Okay, da steht jemand rum. Ich weiß nicht, ob die kämpfen will oder ob die einfach nur irgendwas zu labern hat. Sag mal was. Was? Was ist so, was man in den Ziergarten wo man fangen kann? Wenn du das hier einen im Gefangenenbogen gibt, würde ich schnell jetzt traurig. Ich geh nimm. Das kann ich gleich mal ausprobieren. Oh, ne Sanftglocke. Sehr gutes Item. Leider kriegt man es viel zu spät in diesem Spiel. Deshalb habe ich es auch gelassen, ein Pokémon-Einstimm zu tun, was sich durch Freundschaft entwickelt. Ihr seht, ich habe mittlerweile vier Orden auf dem Weg zum fünften Orden. Man kriegt erst jetzt die Sanftglocke. Man hat Pokémon, die sich durch Feuchtas entwickeln, wie zum Beispiel Roselia oder Knospi war das. Oder halt Hasbirohr hat man schon ganz am Anfang des Spiels bekommen. Die können sich, na gut, die können sich schon vorher entwickeln. Das ist nicht abhängig von der Sanftglocke. Aber die Sanftglocke ist eine riesige Hilfe dafür. Und es macht sich alles super nervig. Ich faule dich doch gar nicht. Ich war nur eine kleine Pause. Ja, erzähl das deinem Chef. Okay. Die ist ja viel kleiner. Verzeihung aber, ab hier ist unbefugt und der Zutritt verwehrt. Herr Reichegel ist der Besitzer des Anwendens, Anwesens, Anwendens, Anwesens. Dies ist ein Büro. Stolpern wir einfach mal vorbei. Hab keinen Termin, nein, ich will nur mehr darüber reden. Herein spaziert, herein spaziert, willkommen in meiner prächtigen Residenz. Hier gibt es vieles, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist mein traumhaft schöner Ziergarten. Warum wald die Reisen, wenn Pokémon sich ganz von allein in meinen prächtigen Garten tummeln? Du bist herzlich eingeladen, ihn dir anzusehen. Bitte, nur zu. Guck mal gleich vorbei. So eine Herrschaft genießt es wirklich sehr, starken Tränen an seinen prächtigen Ziergarten zu zeigen. Erinnert viele Steine. Viele, viele bunte Steine und Teller natürlich auch. Und ja, die TM passt ziemlich gut, Angeberei. Ja, passt. Du darfst dir die Pokémon-Statue gerne anschauen, aber bitte nicht anfassen. Touch. Tut mir leid, aber du darfst es nicht anfassen. Touch. Tut mir leid, aber du darfst es nicht. Okay, dann lasse ich es halt. Dann gucken wir mal in den Garten vorbei. Der Ziergarten. Und glaub mir, dieser Garten ist cooler, als er aussieht. Dann glaub mir, was heißt glaub mir, ihr seht ja, der Garten ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine kleine Ebene mit Gras. Und das erste Mal, was wir sehen, ist Rosalia mal wieder die langweiligen Pokémon zuerst gezeigt. Aber dann, in diesem Garten kann man Baby-Pokémon fangen. So gut wie alle, meine ich sogar. Man kann hier fast alle Baby-Pokémon fangen in diesem Garten. Sobald ich das, also sofern ich das richtig in Erinnerung hatte. Klar, wir finden jetzt die also nur Rosalia, aber ich habe einfach gleich in diesem Display, dass ich einfach keine coolen Pokémon finde im Garten. Aber sobald ich, so lange ich kein Vollidiot bin, so wie vorhin, von ein paar Minuten, bin ich mir sehr sicher, dass man hier viele Baby-Pokémon fangen kann. Und nicht nur Rosalia. Einmal so mehr noch. Aber wenn ich jetzt immer noch kein anderes Pokémon aus Rosalia finde, dann gebe ich auf. Falls ich hier falsch bin, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich meine, dafür ist dieser Ort hier da, dachte ich. Meine ich. Gehen wir es auf. Ich gebe es auf. Und dann Punkt steht, wie auch immer. Die Folge ist super weird irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mein Gott. Mein, mein Gott. Lassen wir es. Egal. Der Ort ist interessanter, als man denken mag. Denn ich meine, man kann da coole Pokémon fangen. Probiert es einfach mal aus. Mehr kann ich nicht sagen, weil, ihr seht, ich kann euch da nicht zeigen. Ich wäre kein Bock. Ach, jetzt bewegst du dich? Nee, es hört auch wieder auf. Hä? Und wie ist diese Trainer-Kai komplett kaputt? Kai kaputt. Ja gut, das hier ist natürlich, äh, nichts Besonderes mehr. Man kann hier einfach durch und das Item nehmen. Weil man immer VMS mit sich bringt. Das wird ein großer Kritikpunkt sein, den ich dann irgendwann mal erwähnen werde. Oder es halt jetzt schon habe, falls ich es vergessen sollte. Ähm, ich meine, die kämpfen aber gar nicht miteinander mit mir. Warte, was? Du kämpfst nicht mit ihr? Nö. Ich habe meine Freunde, an meiner Freude, nur mit alleine gegen dich kämpfen können. Ich habe da nichts verstanden, was du gesagt hast, wegen deinem großen Schnauzer, weil du so komisch redest. Aber, du wirst alleine kämpfen und du, oh Gott, Plauder-Guy. Oh, da gibt es riesige und viele Geschichten über das Ding. Damals zum Beispiel, damals auf den Nintendo DS Trademark, konnte man Plauder-Guy, konnte man ins Mikro irgendwas sagen und Plauder-Guy sprach es nach. Irgendwann, wenn ich die originalen Teile displayen sollte, Platin und die, wohl, gab es überhaupt noch einen Platin oder sogar schon entfernt. Aber ja, falls ich Diamant irgendwann mal spielen sollte, werde ich euch dieses Feature auf jeden Fall zeigen. Denn, äh, naja, ist, ist, ähm, ziemlich interessant, wie ich finde. Was gibt es noch zu sagen? Plauder-Guy ist der, ähm, der, der Typ, der ihr mal im Tutorial sieht von, äh, Poké Park. Ähm, Plauder-Guy ist ziemlich schwach, aber ist trotzdem ein beliebtes Pokémon, weil es halt Plauder-Guy ist. Ähm, hat er übrigens gerade Top-Genesung vorhin eingesetzt. Das fällt mir erst jetzt auf, ich bin überhaupt nicht im Game drin, ne? Top-Genesung hat der Typ? Lernen die Trainer dazu? Ich bezweifle es ja, aber, 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 er hat ein Eich-Chem eingesetzt. Wow. Das ist schon krass. Und natürlich, was war ich denn los? Äh, ja, ich bin gut im Kämpfen, das weiß ich. Haha, ich wurde vom Besitzer des Pokémon-Landguts eingeladen. Okay, dann kennen wir es noch gegen eine Frau. Mein Name ist so jung, ich bin unkriegt, ich bin gesetzt. Warum könnte ich alle nicht reden? Und was hast du für ein Pokémon? Xenia, Dame Xenia, ein Roselia. Also hast du es gerade von den ganzen Roselias-Verträgen im Landgut einfach gefangen? Und dann, jetzt gekämpft mit mir? Dann hast du ja noch nicht mal irgendwelche guten Attacken. Oder? Oder? Na gut, selbst denn. Wir werden es niemals herausfinden. Das war nämlich nicht mal Level 20. Ich bin über Level 30. Über Level 35 sogar. Ach Gott, diese Trainer. Ich sollte sie mal langsam skippen. Meine Käse, das war ganz schön gar nicht. Okay. In deinem Club habe ich irgendwas verstanden. Du wirst bestimmt nicht kämpfen, oder? Hallo Trainer, du bist fleißig bei der Sache. Was? Ja, die wollen nur nachts kämpfen. Ich sollte vielleicht die mal nachholen. Ich bin Tag und Nacht auf Streife. Diese Möglichkeit macht mich fertig. Ja, das ist offensichtlich. Die wollen nur nachts kämpfen. Ja, hallo. Sehr aufmerksam von dir, den örtlichen Polizisten zu begrüßen. Stimmt. Das ist ziemlich nett. Allgemein. Randoms zu grüßen ist nett, aber könnte auch da hinten losgehen. So, ihr seht's. Wir sind schon in Herzhofen angekommen. Und das ist auch der Grund, warum die Trainer alle so ein niedriger Level haben von den Pokémon. Wir sind nämlich direkt schon in Herzhofen. Man kann das von Anfang an, seit man diese Stadt erreicht, kann man statt hier lang zu gehen und dann diese Hasbio-Sequenzen sehen. Du kannst einfach direkt nach unten gehen und zum Landgut gehen und kannst auch nach Weideburg. Du weißt hier nicht so. Na wohl, das könnte schon was bringen, tatsächlich. Schon voll gereust, um einen Superwettbewerbs-Stort teilnehmen zu können. In Trost gibt es einen Burman-Hort. Wenn man dort ein Mensch und ein Weibchen derselben Burman-Hort abgibt, findet man beim nächsten Besuch wohl manchmal ein Eierfahrer. Du hast echt keine Ahnung, was für eine Stimme da haben willst, oder? Heute ist alles seltsam. Die ganze Folge ist seltsam. Aber hey, wir sind wieder in Herzhofen. Wollen wir doch mal hoffen, dass nachdem ich meine Pokémon geheilt habe, äh, falsches Haus, Michael, ähm, dass wir jetzt in die Arena können und wir gegen Lamina kämpfen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr jetzt wieder, no, 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 nicht, nicht. Geht nicht. Ich glaube, kein Bock. Vielleicht sagt ihr das jetzt wieder. Aber, hey, ich habe jetzt zwei weitere Orden. Du willst mich immer noch abweisen vom Kämpfen. Das wollen wir doch jetzt mal sehen. Ich hoffe nicht. Ich würde jetzt schon gegen sie gerne kämpfen. Oder es zumindest in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall, please. Geht das jetzt wirklich immer noch nicht? Oder geht es jetzt doch? Es geht immer noch nicht. Gut, dann will das Spiel wohl unbedingt, dass wir erstmal die Medizin vorbeibringen. An die kleinen N-Tons. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das? Nee, warte. So ging das nicht. Das ging ja hier rüber. Über, 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 über dieses Menü. Ich würde es gerade wieder wegskippen. Nach Trost ist es, glaube ich, am kürzesten. Deshalb gehe ich da lang. Und dann werden wir den armen, armen N-Tons ihre Medizin gehen, damit sie nicht mehr so stark Kopfschmerzen haben. Mensch, N-Tons haben es echt schwierig, glaube ich. Du, 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 du. Auch man kann übrigens nicht. Hier in das Gras mit dem Fahrrad, falls ich es noch nicht gezeigt habe. Jetzt wisst ihr es. Und N-Tons, hey! Die N-Tons versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, die sie bewegen. Medizin! Die N-Tons sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Es ist wie ein Ewigstein für sie. Oder genau das Gegenteil. Die wickelt sich jetzt gleich. Hab's vergessen. Okay, jetzt krieg ich die Kopfschmerzen. Oh, hi, Cynthia. Oh gut, du hast die Geheimmedizin eingesetzt. N-Tons leiden ja bekanntermaßen unter chronischen Kopfschmerzen. Doch niemand kennt die Ursache dafür. Ach ja, dürfte ich dich vielleicht an meinen Gefallen bitten? Bitte bring meiner Großmutter an Alicis diesen Talisman vorbei. Es soll einige seltene Pokémon zwischen hier und Alicis geben. Also dürfte sich die Reise auch für dich lohnen. Nee, kein Bock. Ich weiß, es ist schon recht viel verlangt, aber es ist mir wirklich sehr wichtig. Also kannst du es bitte für mich machen, bitte? Nur weil du es bist. Du bist ganz nett. Dir vertraue ich. Eine Großmutter ist etwas eigen und nackt dazu, andere herumzukommandieren. Du wirst sie sicher dort sofort erkennen können. Sie ist nämlich die älteste von Alicis. Die Stadt selbst kannst du gar nicht verhelfen. Immerhin hast du ja keine Karte. Bis später dann. Ich seh auf dich. Ciao, Cynthia. Wow, ist sie nett. Und direkt sehen wir, was diese Route vor uns verbirgt. Ein Pornita. Ganz, ganz toll. Ja, aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal diese n-ton-hafte Route an. Und schauen uns an, wie es in diesem bisschen weitergeht. Lamina hat immer noch keinen Bock. Keine Ahnung, was sie macht. Aber er hat auf jeden Fall immer noch keinen Bock. Und ja, wir werden in der nächsten Folge vorbeischauen, was wir denn so alles in Alicis finden können. Und da 35 geht. Bis zum nächsten Mal. 聊 mal. Ja. Bis zum nächsten Mal.